was machst du mich vorstellen ich mache ja ich mache das auch schon lange mal aktiver mal passiver ich bin schon seit sieben acht jahren am start eigentlich mit youtube wer kennt ihn bei mir in der chatbox 1 rein wer kennt ihn mein mein halb hatte ich mit cod rage videos und nicht nicht so ganz netten sachen die ich manchmal gesagt habe echt ja 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 so zu black ops 2 zeit da ging gut was da war auch cod richtig richtig heftig knossi weiß da konntest du das game so richtig suchten das war einfach liebe da hat man aber auch keine ärger bekommen wenn man zum beispiel genau und die m-bombe auf twitch gesagt hast du konntest das zehnmal hintereinander sagen du hast keinen ärger bekommen ja heutzutage wird das ja sehr sehr voll genommen ich meine ich gehöre zu denen die am meisten schon time wie sagt man strikes und so hatten glaube ich wie viele hattest du denn was weiß ich drei vier ja bruder ich bin auf fünferstwick zur seite mit der aber er hat ein monat hat er immer ein tagesband karten tages weil man irgendwo mal kurz eine brust gesät hat in einem video oder sowas so komplett irrsinnig eigentlich was scheiß was schaust du für schmutzfähige videos was machst du da denn was soll was ist jetzt schon wieder das problem hier warst du da eingesperrt oder ich glaube auch der ich glaube sie ist gerade aus dem keller rausgekrachen oder da ist er doch so ein auftrag ist er nicht verpistet fritzl so die scheiße hast du auf dem buch gesquert hast du auf dem boden gesquert knossi wie alt bist du? schäts mal nein nein 50 50 aber sauber gut bisschen weniger noch 49 50 ich schwörs dir wirklich 50 ich schwörs dir wirklich da pisst dich du an so also was ist denn jetzt hast du jetzt mal den ding weitergeleitet oder nicht? sag mal ich habe mich gerade du hast du da einen im keller drin ist die gerade raus das erste mal nach 18 Jahren oder was? ne ich schwörs wärs kapper pfff 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 pff 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 Ich will Hilfe! Anna, ich bin da! Ich rette dich! Klausi von mir! Du sollst Klausi von mir grüßen! Du sollst Klausi von mir grüßen! Ich bin da, Anna! Ey, ganz wichtig ist, dass die Chatboxen jetzt zu sind, ne? Das muss euch klar sein. Oh nein! Hoffentlich kommt heute wieder Portemonnaie! Ey, ist euch aufgefallen? Seid wir das gespielt haben, alle Streamer spielen das! Ja, ja! Ruhe! 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 Oha! Hä? Orange, weißt du's... Ach! Äh, 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 äh... Och, Mann! Ah, yes! Bruder, schwer! Schwer! Hä? Bruder, was hab ich für'n Scheiß vorher gedacht, Chat? Was hab ich für'n Dreck vorher gemacht? Wieso ist das Wort... Wieso ist das Klos nur? Ja, bleib' ich auch, Digga's! Ich bin Spaß, ciao! Bienen... Mertal! Bienenkönigin! 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 Ich hab's... Oh, Digga! Ja! Jungs, für'n Anfang war gut! Weiter! Hab' ich mich verschrieben, oder was? Ja, ich auch, Bruder! Digga, ich quitt gleich wieder raus! Du bleibst... Ey, LLJ... Aufgeben ist einfachste! Carsten, du bleibst! Komm! Okay! E.T. wollte ich schreiben... Was denn jetzt? Was soll das denn da werden, Alter? Was ist das denn? Ich werd schon Knossi sagen, Alter! Komm, gönna mal! Kieskauer, gib die Rektaugen runter! Komm, ist ein kurzes Wort! Marcel, da bist du gut drin! Ja, warte mal! Das ist wieder... Das sagt mir irgendwas! Das haben wir schon mal gehabt! Äh, 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 äh! Naja, ich... Oh, oh! Hä? Hä? Digga, nicht... Nicht schreiben, oder? Nee, nicht schreiben! Wer schreit denn da schon wieder? Der... Der... Der Nix Schröder! Der Bachelor! Raus! Raus! Meister! Scheiße! Also ganz... Bruder, Alter! Nicht Schröder, geh raus, Digga! Besser ist das, Alter! Ottoman, bester Mann, der kann malen! Oh nein, zu spät! Warum bin ich so langsam, Alter? Wieso ist das so sch... Ich auch, Mann! Wieso wissen das immer alle, Mann? Bruder, Orange im Orange? Hat der Abitur? Der ist der zweite Richtige! Keine Ahnung, was das sein soll, Digga! Ach so! Ja, okay! 120 Punkte nur! Ich schwöre, ich will heute gewinnen! Ohne Witz! Ja, man muss abwarten, Digga! Oh, man muss auch mal... Im Geschäft kann es nicht sein! Probier nochmal! Was? Der echte, Digga! Oh, yes, Baby! Ey, Marcel, dass du das vor mir wusstest! Dass du so... Weil du ein Gangster bist! Ich schwöre! Das wissen nur Verbrecher! Nur Verbrecher wissen das! Yes! Nur richtige Gangsters können das wissen, bevor es schwarz ist! Wirklich! Gut gezeichnet! Kuss! Dominik, schick dir mal Big weg als erstes, bitte! Aha! Aha! Digga! Das ist nicht einfach! Ich muss schreiben! Wie soll ich das zeichnen, Digga! Das ist ein Stock da, Digga! Nicht spoilern! Aha! Ja! Sorry, ihr Models! Aha! Ein alter Stock! Ha! Ha! Du, 13 Sekunden noch, gell? Get on the level! Ha, 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 ha! Der, der! Ja! Yes! Das, was Monte ist, Jungs! Baby, das müsst ihr wissen! Jetzt schreiben... Jetzt schreiben alle... Alle Rentner! Und hör auf zu spoilern, Carsten, Digga! Ja, soll du, Model? Wie soll ich das zeichnen, Mann? Okay, warte, geht's. Kann man das Wort nehmen vielleicht? Was? Die anderen waren auch schlimmer. Die anderen Worte waren Mittwoch. Oh Gott, Robin Emre. Äh, oh Gott. Oh, Baby! Dinger, was soll die Scheiße, Mann? Apfel! Yes! Der ist auf. Im ersten Moment sah es aus wie ein Apfel, Mann. Ey, das macht doch auch Spaß, euch geht's doch auch. Ihr wollt doch auch vorne mitspielen. Der hat so viele Punkte, muss los. Was? Alter, was ist das für ein langes Wort, Mann? Geht doch nicht. Ich dachte, Anhängerkupplung, ich wollte richtig flexeln. Guck mal. Ach, äh, äh. Hä? Hä? Ah! Yes! Nein! Oh Mann! Kotzt mich an! Ey, das ist gut. Das Wort ist schon oft vorgekommen, Dinger. Peter Marcel. Hä? Und ich hab mich verschrieben, Knossi sogar noch, Dinger. Äh, Lutrik. Frontschutzscheibe. Huuuua, Baby! Ich verdammt mich vertippt, Dinger. Frontschutzscheibe, Alter. Was hat er geschrieben? Frontschutzscheibe. Windschutzscheibe. Hä? Was soll das denn sein? Dinger, Windschutzscheibe ist ein, gleich, Knossi. Halt deinen Maul. Das gibt's gar nicht. Scheiße, was nehm ich denn jetzt? Ihr habt es doch gewusst, weil das schon mal kam, Alter. Ihr seid stinker. Nein, 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 das kam noch nie. Doch, doch, du betrügst, Knossi. Okay, hier ist es einfach hier unten. Was soll das sein? Ich weiß es doch auch nicht, Blatt. Kacke. Das, was die FIFA-Packs sind. Schmutz. Besser kann ich's nicht. Besser kann ich's nicht. Ah, Hahn! Ah, gut. Okay, ich hab's. Besser kann ich nicht. Ja, ja, schwer. Ja, ja, schwer. Alter, ich könnte echt gut zeichnen, Mann. Ja, Bruder, BK, ne 4+, gehabt. Jawoll! Alter, besser konnte ich's nicht. Robin Emre, was ist das? Boah, ist gar nicht schlecht. Ja, Lutrix, überleg. Platzregen. Schlamm ist alles so dicht dran, Robin, ist alles dicht dran. Dünger, das passt ja. Match, Alter. Garst, aber du siehst doch oben die Punkte mit den Buchstaben. Ja. Da siehst du ja, dass das nicht Niederfall oder Platzregen sein kann. Eins im Chat war gut. War gut von mir wieder. Das war ein Mal. Oh, scheiße. Das war das, Alter. Alle haben das gedacht. Oh, oh. Oh, oh, Eier. Yeah, Aua, Robin, number one! Ich hab mich wieder verschrieben, Digga, zum Kotzen. Mistkäfer bei Orange. Kennerassel bei Netflix. Mistkäfer. Die Kennerassel, wer kennt sie nicht? Warum seid ihr eigentlich so fein, du hast denn? Die Kennerassel-Kasten, Digga. Die Kennerassel-Kasten, Digga, ihr seid so richtig... ...dreckschweinend... ...dreckschweinend... ...fällig immer mal. Aber sag mal ehrlich, sehen die Links, wie... ...frohgeschwindet? Alter, Digga, das ist alles schlecht betreffend, Bruder. Oh, das gibt's nicht. Ihr seid so schadenfroh, das ist wirklich... Ey, das ist ja gerade das Lustige an dem Spiel. Ja, schon klar, Digga. Wir haben uns auch schon blamiert ohne Ende. Bin ich der Letzte? Ich bin der Letzte. Ich bin immer der Letzte, Knossi. Bitte hilf mir, Knossi. Was soll ich machen? Ich kann auch nicht... Welchen Schulabschluss hast du? Realschule. Mit 1,8, Digga. Ich auch. Ich schwör, war ich auch 1,8? Englisch 1, Deutsch 1? Nee, Digga. Englisch 4. Ich Englisch 1. Simple Pass. Physik, Deutsch, Sport und Mathe 1. Idee ans Verb bei Simple Pass. Oder die Form bei Bord, Bord, Catch, Code, Code. Halt dein Maul. Aber ruhig. Irgendwas mit Ampel, Digga. Oh, das kann nicht sein. Die schreiben dir die Wörter bei Discord. Ey, ich schwör mir, ey, ohne Scheiß, no joke. Niemals, Alter. Ab dem Männchen. Digga, dann mal doch aber erst direkt das Männchen rein. Also das war auch schlecht. Also das hätte man besser, besser zeichnen können. Wenn dafür, dass der rausfällt. Na genau, Kieskauer, ja. Gut, wir merken den Wixler. Genau, besser ist es. Ich schwöre, ey, wir bescheißen hier nicht. Wirklich, no joke, wenn du das denkst, Carsten. Ehrlich, wirklich. Nee, Digga, schon klar. Ich muss mich rausreden. Okay, das sieht man doch auch. Nee, doch nicht. Ich war erster. Ich war erster. Nein. Erster, ja. Mann, ich quaz wie ein Schlot und bin so schlecht. Juhu. Ich rauch so viel, dass Marcel schon sagt. Du rauchst aber viel. Und der ist auch nicht besser. Ich rauch heute meine sechste Kippe oder so. Gut gezeichnet. Das ist wirklich gut. Ich rauch bestimmt mal. Ja, ich rauch die ganze Zeit eh Zigarette. Das geht eigentlich klar. Ah ja, gut. Jetzt rauch ich ein bisschen. Okay. Gottfran und Orange. Gut, das ist viel schneller. Wann mal ich jetzt eigentlich mal endlich? Jetzt get in level, du bist dran. Erst immer lachen. Ey, Quatsch. Erst immer Ding. Ey, malen kann der gut, weil durch Wände besprühen. Der kann wirklich nicht schlecht. Ja, aber das ist doch was anderes wie mit Maus. Aber schwer, wenn man drei schwere Wörter hat. Wirklich. Oh, jetzt hab ich, Digga, jetzt hab ich. Oh nein, Digga. Oh nein. Automatisch gechoßt, Digga. Das ist ja. Ist ein kurzes Wort. Ja, 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 klar. Malen. Aber wie soll ich das malen, Digga? Du kannst doch sonst auch alles. Ich hab keine Ahnung, wie ich das malen soll. Ich hab keine Ahnung, wie ich das malen soll. Wie soll man das malen, Digga? Keine Ahnung, wartet mal. Okay, das ist wieder ein Funny heute Abend. Ein Funny Entertainment. Äh? Ah. Äh? Achso. Ja, keine Ahnung. Äh? Ja, ich muss schreiben. Nein. Nee, ich... LOL. Material? Ich wollte das Wort malen nehmen. Ich hab's nicht. Eisen. Ich wollte Decke nehmen. Decke war noch. Aber ich hab's nicht geschafft, Decke auszusuchen. Material hat mich auf jeden Fall aus dem Konzept gebracht. Digga, ich wollte das Wort nicht nehmen. Tut mir leid, Digga. Wie willst du Eisen malen? Sag mal. Gar nicht. Gar nicht. Ja. Ich will gar nicht. Ein anderes nehmen, Digga. So ein Eisenbarren... So ein Eisenbarren malen, weißt du? Wie ein Gold- oder Silberbarren, genau. Ja. Ja. Okay, wir haben's. Was ist das? Ähm... Oh, Schnex ist vor mir. Schnex. Mann, was? Oh, Schnex. Wie werden das geschrieben, Alter? Ich weiß es auch, ja. Ja, Alter, ja. Nicht mit Doppel-Ein, Bruder. Keine Ahnung, wie alle das geschrieben werden. Ich spiele das öfter. Klassik, Klassik. Halt's Maul. Ihr spielt das öfter. Die können echt gut zeichnen, Mann. Wie talk. Bruder, der hat die wirklich gemalt, wie wenn die bei Edeka steht, wir nehmen Lebensmittel. Ich spiele die wirklich so gemalt, wie oft Brust-Bank-Spot. Spongebob würde direkt einziehen. Ohne Witz, Alter. Wer hat das gemalt? Ehe, scheiß drauf. Ach, wer ist's? Ach, scheiß drauf, Digga. Ja, Bruder. Ich wusste zwar, wie die Anna immer nass geht, aber wie es geschrieben hat, kein Ahnung. Schwer kann mit Doppel-N, Digga. Ja, da spuck ich drauf. Egal. Es ist jetzt nichts, wofür ich mich stehen muss, Digga. Schröder ist dran. Na ja. Ach, Schnauze, Klassik. Guck mal, deine Punkts hallo. Ja, ich maul, Mann. Ich spiele das auch nur voll selten. Bruder, Schnex ist vor mir. Ich hole dich. Jalla, Junge. Oh. Ach, du Grüne, Leute. Was soll das sein, Digga? Was ist das denn? Ich verstehe es auch nicht, Digga. Wir hätten da, vote kickt ganz einfach, Digga. Vote kick, Schröder. Ich drehe. Ich weiß es. Keine Ahnung. Hä? Junge, das weiß halt niemand. Tapete, Digga. Ach, Sikeren, Digga. Sikeren, Adana, Fickpip. Also, ganz ehrlich, war auch das letzte Mal, dass wir mitgespielt haben. Oh, 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 oh. Digga, das ist das, also. Tapete? Au. Schnell zu zeichnen, ja, aber, Digga, ja, das stimmt. Dann nimm ein anderes Wort. Das war nicht schwer gezeichnet, Digga. Das war... Ah, Männer, zickzack. Oh, Mann, bester Maler. Loll? Oh, was kann das sein, Blatt? Rot? Irgendein Kontinent. Rote Pfütze. Ah, ja. Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Der hat geschrieben. Das gibt es ein Wort, Digga. Yo, Baby. Robert Emre sogar auf der 2, gibt es nicht. Ja, gut. Das ist so spät, Digga. Das Schreiben, würde ich sagen, gilt. Weil das hat ja... Ist ja nicht... Oder? Wenn du einen richtigen TNT-Barren malst und dann TNT draufsteht, finde ich es okay, aber nicht so, Digga. Was soll das sein für einen Sprengstoff-Alien? Schwer, ja. Danke, Sport, ich bin's da. Michael Jackson. Okay, Jungs. Doppelwort, Doppelwort, Doppelwort. Boah. Keine Ahnung, Digga. I'm Eric, ach Leute, ihr bescheißt doch. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist das irgendwie so ein Zeichentrick-Ding oder sowas? Ja, ich weiß nicht, wie der hieß. Das ist von Spongebob. Nee. Doch, oder? Meist nicht. Ich dachte, das soll ein Clankton sein. Simpsons. Yes! Baby! Oma Simpsons! Och, Mann, das tut so weh. Dem aber, wie will, dem kann man halt auch, Digga. Ne. Jetzt ist Carsten wieder dran. Gerade doch so, wirklich. Das ist so easy. Aha. Äh. Oh, Mann! Komm, Alter, schallert's, da schallert's. Wow, get leveled. Wie hast du das so schnell geballert, ey? Du hast so schnell geballert, ey. Dein Vater. Wahnsinn! Wahnsinn! Vor allem schnell, Knäusi, guck mal, Digga. Ich bin ja nur mittlerer Durchschnitt. Ja, aber Wahnsinn, wie schnell ihr im Tippen seid. Hast du Zehn-Finger-System? Kannst du das? Ja. Hey, warte mal, Jungs. Kriegt man auch viele Punkte, wenn die Leute es schneller reichen? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ach so, Lul. Alter, easy, easy cash, Digga. Ka-ching. Spongebob-Schwammkopf, oder was jetzt? Tingel-Tangel-Pop? Carsten Lul. Ja, ich weiß nicht, wie man die Dinger schreibt, Mann. Äh, äh, YouTuber. YouTube. Wie ein YouTuber? Wie ein YouTuber? Wie ein YouTuber? Also, ob da YouTuber vorkommen? Keine Ahnung, Digga, was das sein soll, Alter. Was soll das da für ein Ding daneben sein? Karotte? Ah, irgendwas. Flair. Ah, das war auch echt gut, Alter. Jawoll, Digga. Keine Ahnung. Ach, Knossi, du schaust einfach kein YouTube zur Seite. Ich weiß auch nicht. Veganer. Veganer, ja. Das macht schon gut, Digga. Ja, man konnte halt echt... Stück dem Fleisch malen und durchstreichen. Das wäre das einfacher gewesen. Ich habe die ganze Zeit an YouTuber gedacht, Digga, Lul. Ich habe nur umgesehen. Ja, aber er hat doch da ein Gemüse dazu gemalt. Ja, ja, jetzt ist klar. Ja, jetzt ist klar. Code Fran Malt, okay. Oh, Bruder. Hä? Wer weiß schon, wie es ist, Alter. Ja, ist echt so, Digga. Was soll denn das? Was kann denn das sein? Keine Ahnung, Digga. Ach so. Yes, Baby! Irgendein Land wahrscheinlich, ne? Nein, nein, nein. Hat nichts mit dem Land zu tun, gar nichts. Lebensmittel. Ja, aber was? Ach. Ja, gut, okay. Schlecht. Auch komisch gemalt, Bruder. Ich will... Sandwich würde ich mich gar nicht trauen zu nehmen. Ich bin dran scheiße. Okay. Achtung! Wie schnell die alle sind, Mann. Die spielen das den ganzen Tag, Digga. Das war aber leicht jetzt auch. Wer hat das noch nicht jetzt? Knossi, du selber, kann man. Muss man doch wissen. Snacks noch. Snacks. Komplett lost. Kontof. Komm, aber das ist doch wirklich nicht schwer, oder? Nee, 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 ist schon gut, Digga. Was soll ich da noch malen? Fertig. Oh. Oh, tatsächlich noch hingekriegt. Sehr gut. Ja, weil ich es reingeschrieben habe. Und verschrieben auch noch. Jetzt rächt er sich und zeichnet richtig schlecht. Bruder, ich bin auf der 2. Das ist echt spannend. Das ist spannend, ohne Scheiß. Orange auf der 1. Ey, wenn Orange hier gewinnt, ich schwöre dir es. Aha. Aha. Jawohl. Jawohl. Marcel Nummer 1. Orange auf der 2 schon wieder. Der spielt das doch jeden Tag. Der Hacker-Programm. Was soll denn das sein? Dein Hoden. Der sieht nicht so aus, Digga. Keine Sorge. Polen. Lull. Leute, macht es euch Spaß, oder was? Eins in den Chat rein. Hey, ich kann euch das Spiel auch zu Hause. Es macht echt Spaß. Digga, die könnt ihr in 1 posten. Es macht echt Spaß, Digga. Mit Freunden so zusammen. Und wer hat die Idee wieder gebracht zu Marcel? Ich habe es vor dir gespielt. Was willst du? Planet. Ich habe es gebracht. Komm, wir skribbeln mal heute. Ja, ich weiß, Digga. Nächstes Spiel musst du bringen. Gemeinschaftspiel. Du hast eine Mode für 1. 200 EQ der Knossi. Natürlich. Okay, let's go. Kieskauer. Oh, es wird abstrakt. Die Schreibweise ist aber auch, finde ich, nicht korrekt. Digga, keine Ahnung. Ich bin auch close. Ach, okay. Ich habe es auch falsch geschrieben. Ich habe es anders. Ich dachte mit P. Ey, Robin, achte mal drauf, was du da reinschreibst, Junge. Robin, was schreibt er denn rein? Ja, guck doch in den Chat. Ach, Digga, ohne H. Ja, ich habe es auch die ganze Zeit mit H geschrieben. Das war es komplett. I'm Eric. Megafon, hätte ich immer mit P, H geschrieben. Ich auch, Mann. Ich bin mit H, Digga. Okay, weiter geht's. Ey, vielen Dank. Hä? Okay. Digga, jetzt probieren wir was zeichnen. Nein! Oh, nein, Mann! Mann! Das kann nicht sein! Das hätte man aber auch anders machen können. Nee, wie denn? Eine Karpalette, schwarz, rot, blau und dann das weiße Verhältnis frei herauf. Beispielsweise jetzt. Gerne, Rival, du bist dran. Oh, wie das schwer macht schnell, du weißt. Sonst wird gechoost. Automatik. Okay, let's go. Äh, ja, keine Ahnung. Äh, boop. Ach, nee, warte mal. Lol. Oh, guck mal. Digga, das ist doch auch so eine Figur. Die kennt man doch auch. Hä? Also, orange. Der Lusch hat doch im Stream, oder? Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ist das eine Figur? Ja, klar. Digga, was ist das für ein Alien, Mann? Knaussi, was habe ich mir bestellt für Streaming? Oh, Baby, aber ey, was ist das für ein Kopf? Ich dachte an eine Comicfigur. Der Kopf ist echt vom anderen. Oh, Bruder, was ist das für ein Kopf? Wie viel da bin ich, Alter? Du hast gesiebt da, ja gut. Orange hast gewonnen. Bei Leuten ist in Ordnung. Orange Orange guckt im Chat. Der wird auch gleich gekickt, Digga. Ey, das ist echt so, Alter. Also habe ich gewonnen. Alle anderen gucken, Chat. Ich bin drin. Nö, dann hat trotzdem Orange gewonnen, finde ich. Ich stehe auf dem Treppchen. Wo warst du? Wir flogen die ganze Zeit über Orange Orange. Das ist ja gar nicht, Digga. Ach, das war er gar nicht? Nee. Dachte ich auch, Mann. Scheiß drauf, Digga. Ein bisschen in Disney ist immer in Ordnung. Ah, ich habe eigene Custom-Wörter. Oh, Ello-Tricks-Chat, bis ich den jetzt gefunden habe. Zenit, hier ist er. Very, very fast. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe sie zwar schon gesehen, aber ich habe nur einmal grob geguckt. Also es sind über 40 Wörter. Ich gucke sie mir jetzt auch nicht an. Wer hat die Wörter erfunden? Genau, wer hat denn die ausgesucht? Irgendeiner meiner Twitch-Monotoren. Ich denke Dominik. Ich weiß es nicht. Aber der hat hoffentlich keine Zinker-Wörter. Dominik Di Naro. Nee, nee, hat er nicht. Ehre. Ey, das kommen natürlich nur so Dinger, die du halt, Insider von dir, ne? Ist klar. Die keiner kennt halt. Nein, 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 nein. Hat er nicht, hat er nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe maximal... Das ist doch schon wieder du bist. Nein. Ist das eine Rolex-Krone unterm Auge? Ja, locker. Ja, dann schreib es doch rein, wenn es das ist. Ja, das passt ja nicht. Ja, dann ist es das wohl nicht. Das ist doch wieder irgendein Insider jetzt. Ich weiß es selber auch nicht, was es ist. Das bist doch du, oder? Hä? Hä? Keine Ahnung, ich weiß es selber nicht mal. Ja, anders geschrieben, Digger. Ach, keine Ahnung, Alter. Was ist das denn für ein Müll? Montes Opa. Ja, Alter. Das ist halt echt. XD, Alter. Ich habe mir die Wörter nicht angeguckt. Lass doch eine Runde machen und... Jetzt kommt nur so, Digger. Das ist halt echt. Nächste Lösung, Buchstuhle. Pass auf. Oh, Bruder. Mit einem Buchstaben hinten? Das ist ja eigentlich klar, Digger. Oder? Ja. Das war klar, Digger. Aha, ein Spiel. Bruder. Einer meiner Mods kann auch mal so ein Ding eröffnen mit Wörtern, die wir so kennen. Aber allgemeine. Weißt du, was ich meine? Moderne. So 2019er Wörter. Das wäre geil. Ich habe es gewusst. Ja, ja. Orange. Ist das selbe Wort, oder? Nein. Ist kürzt. Woher weiß er das dann, bitteschön? Weiß ich nicht, Digger. Aber er kann doch bei niemanden gucken, oder? Keine Ahnung, wenn er die Wörter gesehen hat. Also das ist jetzt wirklich verdächtig. Wie kann er das Wort so schnell wissen? Ach. Oh, jetzt weiß ich doch. Also entweder ist der Typ richtiges Fivehead, Digger. Oder er rät einfach gut. Er schummelt, Orange. Sag ehrlich, du hast geschummelt. Aber wie denn? Nein, guck mal. Da kann man drauf kommen, Breaking Bad. Es passt. Alle denken jetzt an dich bei dem Quiz. Irgendwas, was zu dir passt. Und dann guckst du oben zwei Wörter an. Und das letzte hat drei Buchstaben. Weiß ich, wie der schummelt. Du, jetzt kommen nur so Dinger. Jeder schummelt, der schneller ist. Ist doch gut. Jeder schummelt. Was soll das sein? Hä? Nein. Hä? Ja Snacks, wenn dir das nicht gefällt, dann geh doch raus, Digger. Playstation schreibt man aber auch auseinander, ne? Eigentlich schon, ja. Sickhead im Adana Sickdam. Also ich bin da tatsächlich auch für normales, Digger. Ey, das ist wirklich... Knossi ist hier schon im Nachteil. Ich bin hier wirklich auch für normales. Bin auf Knossis Seite. Das sind alles Dinger, Marcel. Die kennst du alle, ich nicht. Monte ist bei seinem eigenen Quiz. Platz 8. Am Ende der Affenjahre. Das weiß ich natürlich. Ey, das sind alles Wörter. Aus deinem Leben, Marcel. Ich kann nicht mehr schreiben, Digger. Ich will nicht mehr auf mein Leben. Nein. Hallo, Schatzi. Wie? Drei Wörter. Hä? Hä? Alter, leck mich doch am Schnitzel. Was? Hä? Also, den kenn ich doch nicht. Woher soll ich sowas kennen? Das ist doch scheiße, Digger. Rähn, Säft, Autos! Zu wild, Digger. Woher soll ich das denn wissen? Das kann ja kein Schwein wissen. Das kann ja kein Schwein wissen. Hä? 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 Verstehe ich. Hä? Hä? Verstehe ich auch nicht, Digger. Hä? Hä? DMI-Switch? Ja, gut. Ich auch nicht, Mann. Ich auch nicht, Mann. Carsten, nur ganz kurz. Wie fühlt es sich als vorletzter an, du Wexler? Ich bin dran. Genau. Besser, Nix sagen. Hast du gerade geleckt, Digger? Was hast du gesagt? Nee, ich habe heute noch nicht geleckt. Das ist aber klar, was das ist. Oha, was soll das sein? Der, wie Sie es alle wissen, dieser alles Süchtige. Besser kann ich es nicht mal. Ah, okay, ja, ich habe es. Mal so ein langes Wort. Wer fehlt? Carsten. Jetzt müssen wir durch die Runde durch. Ich habe extra noch ein Nike-Symbol hingemalt, sag ehrlich. Ja, keine Ahnung, Digger. Jogginghose, lass das die Hose sein. Das, da muss man, man muss Marcel dann auch kennen, sonst kann man es nicht. Mach doch unten noch die Dinger rein, weißt du schon, dass die Füße abgetrennt sind. Ach so, natürlich. Ja, okay, aber. Leider, dann wärst du halt 201 IQ gewesen. Ich hätte über die Beine die Hose malen müssen. Dann wäre natürlich. Okay. Hä? Was ist das, Bruder? Nee. Jetzt weiß ich auch nicht, Digger. Hä? Okay, Digger. Ich weiß das auch nicht. Ach. Ach, leck mich. Wie wär, Digger, wie hat er... Sippo, Dio! Leck mich am Arsch, falsch geschrieben, Digger. 90, komm. Wo bin ich? Ich bin auf Platz 6. Alter, aber Platz 6 ist nicht schlecht für ein Quiz, wo man wirklich viel wissen muss über deine Person. Ach, das ist ein Sippo, die hat doch nichts mit meiner Person zu tun, Digger. Was erzählst du denn? Da waren zwei Wörter, die mit meiner Person was zu tun... Ein Wort vielleicht. Was erzählst du denn, bitteschön? Zigarette. Oh, Baby, das muss ich schneller wissen. Das ist meine Leidenschaft. Mann. Das muss ich schneller wissen. Das kann nicht sein. Oh, Baby. Ja, wahrscheinlich, Aerox, sind alle Wörter, die haben was mit mir zu tun. Nein, nein, haben nicht. Problem ist, dass es in meinem Kopf jetzt immer ist, es muss was mit Marcel. Ich sehe nur, wie ich in deiner Bude bin, im Klo, durch die Küche laufe. Ich sehe jetzt nur noch solche Abläufe. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, verstehe ich schon. Seh Memo, seh den Döner. Ja, aber trotzdem, Digger. Bis jetzt waren zwei Wörter vielleicht explizit, wie das mit mir zu tun hat. Elgato, Elgato, ne? Elgato hat doch nichts mit mir zu tun. Elgato ist eine Alamanzbrille. Da hast du zehn Stück von zu Hause. Ich habe auch Elgato-Lichter, ja. Kann man wissen. Ja. Elgato ist halt, ja. Ja, aber irgendwo hat es doch was mit dir zu tun. Egal, ich werde in dem Quiz jetzt noch überzeugen. Wir können einen Quiz machen über Burkina Faso und ich will gewinnen. Aha. Wie heißt denn die, Digga? Oh, wie heißen denn die? Ah. Hä? Hä? Was ist das denn? Wie heißen die denn? Keine Ahnung, Digga. Es ist was ganz anderes, was dir mal sind, nicht die Schlappen. Ich verstehe es auch nicht, ne? Weiß ich auch nicht, Digga. Oha. Komm ich nicht drauf. Was ist denn da? Weiß niemand, Digga. Ich weiß keine einfach. Ich bin gespannt. Eric hat es gemalt. Ich bin ehrlich, ohne Scheiß. Neuzieher hat es. Party, Tim. Dann mal doch eine Russland-Flagge und mach Geldbündel. Ja, ja, ja. Mensch. Au. So, jetzt mal, du. Jetzt mal. Jetzt geht's. I'm Eric left. Schnauze. I'm Eric up. Ja, ja. Beleidigt. Ey. I'm Eric, du musst doch durchziehen jetzt. Auch wenn mal was schwer ist im Leben. Man muss durchziehen. Ja. Habe ich es falsch geschrieben? Oh. Oh Mann. Das muss schneller kommen. Hast du doch gerade mit viel zu tun. Ja, ich habe richtig viel damit zu tun. Ich habe nur Finanzamt. Ich dachte, die ganze Finanzamt steuert. Oh, Blatt, Junge. Wir machen weiter. Hä? 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 Was soll das sein, Digga? Ach, du grüne Neune. Ah. Ach, fick mich, Alter. Ja. Zu spät drauf gekommen. Ey, Entschuldigung, hast du es nicht? Ja, wir sind zu spät, Mann. Ja, wie willst du es malen? Es geht schon. Ganz kurz nochmal. Ganz kurz. Wie fühlt es sich unter mir an, Norsi und Carsten? Kann ich nicht. Die sich eben noch über mich lustig gemacht haben. Meine Mods, mach bitte ein Quiz über meine Person beim nächsten Mal. Ja, wahrscheinlich ist es nur meine Person, Döner. So ein Begriff, den muss man gehört haben, wenn man nur mit mir chillt, Digga. Klar, ja, Moin. Rund zwei auf drei. Wir sprechen uns gleich. Ich kann das auch nicht wissen, Digga. Das kann nicht sein. Was soll das sein? Was soll das sein? Digga, ich weiß auch nicht, wie ich das malen soll, Bruder. Weißt du, was es ist, oder was? Ja, ich zeichne doch. Ach so. Ich weiß nicht, was es sein soll. Kann man das als ausgestehender Wissen? Ja, jetzt habe ich es auch. Myth kommt, Norsi. Ja, das kenne ich nicht, Alter. Ja, ja. Das hat was mit mir zu tun. Das war schlecht gezeichnet, Digga. Die Punkte rechnest du nachher schön runter wieder. Die ziehen wir wieder ab. Ja, Tassos, natürlich haben die Worte was mit mir zu tun, das stimmt. Aber bis jetzt, finde ich, trotzdem waren drei Wörter, die man wirklich eins zu eins mit mir verbindet, wie Mythcom. Aber sowas wie Elgato oder Döner oder so, finde ich jetzt, oder Grand Theft Auto, finde ich jetzt nicht so wild. Naja, aber Döner, ja, okay, du hast recht. Schon wieder, Alter. Aha, ja, da hat sich jemandem was abgekupfert, Herr Chey Otto, man. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, Mann. Ist klar, weil der wird ja nur eine bestimmte Anzahl an Wörtern eingefügt haben. Irgendwann wiederholen die sich. Ja, 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 kannst du gut haben, ja. Beim nächsten Mal, Mods, ein Quiz über mich, ein Quiz über Carsten. Ich weiß nicht, alle. Marcel, du müsstest eigentlich gewinnen, ne? Es sind auch einige Wörter dabei, die ich nicht so voll errate, Digga. Okay, let's go. Die Leute raten schon direkt rein, Buchsehude. Okay, Kopf-Frau. Was? Hä? Das kenne ich doch, das hatten wir doch heute schon mal. Nee, Sandwich ist es nicht. Hä? Hä? Na, pick mal, kann's anders sein. Hä? Mo? Doch, aber... Hä? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man den schreibt, den Typ. Big Mac, aber das kommt ja nicht hin. The Big Mac? Der hat noch irgendwas davor, Buchstaben oder sowas? Nee, nein. Ah, man muss ihn genau so schreiben, wie er auf Twitch schreibt. Digga, das ist doch doof, Digga. Ja, aber das ist wirklich scheiße. Ehrlich. Ist Big Mac, ist Big Mac der Papst, oder was? Das habe ich jetzt nur gesehen, weil mein Monte ein Mod, das geschrieben hat, wie er heißt. Der Picks Mac. Das ist da, jetzt werden die Wörter dämlich, das stimmt, ja. Das hat auch nichts mehr mit, also der Big Mac ist für Leute, die ihn nicht kennen, dumm. Wer hat ihn gekappt bei mir, als mit drin ist, Digga. Richtige Ehre. McDonalds war klar, McDonalds war klar. Kylo, ich auch direkt Kylo. Was ist denn das? FIFA auch gute Idee gewesen? Viele, die Big Mac aber kennen hier, wer hätte auch gewusst, wie man ihn schreibt? Algen-Emoji. Ach, Neusi, Digga. Tetris? Oder was soll es sein? Tetris. Keine Ahnung, Bruder. P. Was soll das sein, da? P. 99er. Aber wenn das jetzt so... Ach. Sogar ich weiß es, ich weiß es, weil ich verdammt auch mal aus der Gaming-Industrie komme. Ja, die Wörter... Ah, die Wörter... Also jetzt werden die Wörter dämlich. 99 übrig war das, was mir geholfen hat, weil ich es von Whitey Dude kenne. Sonst hätte ich es nicht gewusst. Sonst hätte ich es nicht gewusst. Okay, let's go. Ich will über Marcel noch kommen, in seinem eigenen Quiz. Knossi, mach mal den Mund zu, es zieht Siehst du mich, oder was? Na klar sehe ich dich, Digga Du sollst dich konzentrieren Digga, ich bin eh letzter Daran wird sich auch nichts mehr ändern, Knossi Ah Yes Ach man Ey, wieso ist es falsch, was ich schreib, Alter Digga, wie ist das Meine Fresse, ein Draxspiel, einfach kommt Aber wäre das gezeichnet, Digga Orange, ich bin dafür, dass er nie wieder mitspielen darf Orange Tea ist das Was soll denn das für ein Alien-Auto sein, Alter Mario Kart Zu wild, ey Okay, weiter geht, ich bin noch voll dabei Wir haben danach noch eine Runde, wir ziehen es jetzt auch durch Wir brechen es nicht ab, die Marcel-Runde Wir ziehen es durch Der Neudi ist erster Scheiß-Fanboy Stell dir mal vor, mein Knossi ist wirklich erster, zweiter Orange Bruder, der ist voll gut in dem Scheiß, ich schwöre, Knossi Den musst du öfters mitspielen lassen, der macht dich immer nackig Ey, aber es sind auch wirklich nur Spiele und sowas, ne? Monitor Der zieht dich aus bis auf die Unterhose Das ist wieder irgendein Spiel Ja Baby, Nummer 1 Mann Marcel, ich hol dich in deinem eigenen Quiz Ja! Wer steht mir bei? Ich hol Marcel in deinem eigenen Quiz Baby, wir schreiben die Biografie neu Baby, wir schreiben die Biografie neu Jetzt bin ich gespannt, Digger Ja, weiß ich auch nicht, was ich jetzt, was der für Charakter züge Mann, was ist das denn wieder für ein Außerirrischer, Mann? Guck mal die Arme an! Hä? Anna ist zu kurz Oh, Jesus Gott, wie Du bläht, Alter, nein! Was soll das sein, Junge? Ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr Das ist das Scheiß, ich hab extra das Schwere genommen Blät hier Ich muss hier Nein, hier geht nichts mehr, warum geht das? Ich won't kick ihn auch, Digger Nein, kick die nicht Digger, was ist das? Bruder, ich kann's Es ist nicht zu erraten, ich sag's euch Ihr werdet's nie Ihr könnt's nicht erraten Es ist Fantasy Nur weil es O aufgetaucht ist, Bruder Es ist Fantasy einfach Ich hab's extra genommen aus Spaß Was ist das rechts? Was ist das rechts? Das ist Marcel? Digga, das ist Was soll das? Ey, aber Digga, tut mir leid Sollte ich schon wieder Genau mit so viel O Sollte ich schon wieder Zigarette oder Fortnite nehmen? Ja, stimmt Ey, Alter, tut mir leid Aber das ist auch Also, Bruder, wie ist das gezeichnet, bitte? Ich bin schon Wie hättest du Memo mit 5 O's gezeichnet? Ich dachte, es weiß keiner durch die 5 O's sowieso nicht Da dachte ich, ich hätte nie gedacht, dass überhaupt jemand weiß Memo mit 5 O's schreibt Mit Zigarette nehmen sollen, wieder was Einfaches Wie hättest du Memo mit 5 O's? Wie hättest du Memo mit 5 O's? Digga, man darf ich dann endlich mal malen, Alter Einmal pro Runde Ja, das dauert voll lange, Masikere Ey, doch weinen Ja, Big Pints Mann Ey, Erdnuss Anna, Anna ist geil Anna ist geil, Anna Er schreibt Anna rein, Anna Er schreibt Anna rein, Anna Was ist das? Achso, auch Anna Der Scheißhundverdämter Was ist das? Für eine Schildkröte von einem Mutant, Digga Anna war's besser, Anna Die Wörter, die Wörter wiederholen sich, Digga Natürlich Der Kylo war noch nicht dran heute Ja, ja Das hat keinen Wert, das ist klar, so ein Quiz Du musst ja wirklich tausende Wörter reinballern Guck mal, die schreiben irgendwas Was soll die Scheiße, Digga Ja, das ist das Ding Ich könnte das gleiche Wort finden Naja, gut Da brauchen wir es nicht spielen LoL Wir spielen wieder normal Oder? Bullshit Aber das ist ganz komisch Es sind so viele Wörter bestimmt noch nicht drangekommen Weißt du, wie ich mein? Weißt du, kennst du die Wörter? Ich glaube, vielleicht sind nicht so viele Ich hab ein Wort hab ich gesehen Als ich es kopiert habe Und das ist noch nicht drangekommen Hm Ruhig Deswegen verstehe ich das System davon auch nicht Bin ich letzter? Ja! Knossi! Bin ich letzter? Nein, aber ich bin nicht letzter, Knossi Da siehst du mal, das ist ja Tobi Sag, dass ich gut bin, Knossi, komm Sehr gut, sehr gut Einer von meiner Communities letzter Jawoll! Sir Tobi Gib dir Mühe Hey Bruder, was ist denn das jetzt schon wieder? Ah, ah, Bruder! Ah, nee, doch nicht Ah, ja, ja, ja Jawoll, Baby, so gut für dich, Alter Yes! Baby, es ist Wahnsinn Es ist Wahnsinn Dass ich das wusste, Marcel Da siehst du mal, wie gut ich dich kenne Und du schätzt es nicht Du schätzt es nicht Halt die Schnauze, Alter, halt die Schnauze Baby, Wahnsinn Ach Hä, oder? Digga, ich komm selber nicht drauf Fische füttern Keine Ahnung, Digga Ach, Mann Komm nicht drauf Wirklich nicht Soccer Room Fast Gaming Oh, Digga Baby Die Dings, sag schnell Meine Fische habe ich erst am Anfang verwehrt Komm nicht mal auf mein eigenes Wort, die Kerim Was sind das für Wörter? Meine Fische Fische füttern, Beste, Alter, wieder Okay, Hello, Trick Hau richtig rein Oh, oh, oh Ja, ist klar Ja, das ist klar Ach, Bruder Oh, jetzt kommt die Entscheidung Jetzt kommt das entscheidende Detail Radioaktiv, oder was? Ja Eklig Hm, okay Oh, Mann Das ist aber auch schlecht gezeichnet, Bruder Ja, wie willst du das denn zeichnen? Ja, einfach Mund, der, der, wo vorne was, ne? Digga Das letzte Mal habe ich einen Mund gezeichnet vor 100 Jahren Es ist schwer zu malen Ehrlich Ich kann einfach nicht malen, Jungs Ich gebe es zu, ich kann wirklich nicht malen Oh, Tomann Oh, Mann, der Sir Tobi, er holt auf, Knossi, gib mir Kraft Ich kämpfe auch, ich will über Marcel Er ist auf der Glück 230 Punkte Marcel Was ist das denn für ein langes Wort, Digga? Bruder Was, wieso direkt schreiben, Alter? BWL Boah, Alter, wie soll ich das wissen? Das ist wieder so ein Insider aus der Bücher, Alter Arbeitslosengeld oder sowas Boah, das ist anders lang Boah, das war das anders lang Boah, das war das anders lang Fälliger, was, also Ja, yes! baby wahnsinn überlegt mal wahnsinn was ist das für ein komisches quiz digga ich will dass der chat klatscht da kommt keiner drauf irgendwas mit finanzamt oder so das wissen nur die besten freunde ich weiß es ja aber was schreibt der baby bwl job das stimmt halt nicht das stimmt halt nicht bwl was soll das ist ja bwl ist ein ding das studiert man ja bei einzelns kaufmann studiert man nicht egal deswegen hat man das malen bruder ja aber nicht irgendwas hinschreiben was mit dem wort nichts zu tun hat jay ortmann bwl er meinte halt einfach ausbildung ja dann sogar oder wir haben alle nicht studiert wir haben alle nicht studiert weil ich habe überlegt und studium zu machen wissen jetzt wieder alle schon hatten wir schon mal jetzt ziehen wir die runde die wörter wiederholen sich aufs nervt digga ich kenne das gar nicht man oh marcel hinter mir auf der sechs hoch ja einzelhandels kaufmann hat mich nach oben katapultiert dass du das wusstest das wort war so anders lang jetzt kommt wieder irgendwas was wir schon hatten 100 pro 99 das muss ein ganz massiver insider sein ich komme nicht mal selber drauf digga bin ich das oben oder was mann 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 wundert sich was meint er damit 99 aber jetzt kommt man drauf jetzt ist jetzt macht sinn natürlich moment schon hätte gereicht ja oder betriebswirtschaft digga bbl oder sowas wo ich ganz nicht glauben hier sind immer noch 24.000 leute gucken sich das an das ist ein insider nein was ist jedes jahr auf in köln knossi mensch kind ist einfach zu langsam mensch wie schreibt man das er macht sich immer über alle lustig wenn sie sich verschreiben postet den link überall halt die schnauze wir verbreiten portemonnaie auch nochmal frisch hör auf jetzt einmal nicht gewusst eure veranstaltung da wo ihr alle immer hin woher soll ich das wissen ja 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 piss dich junge woher soll ich das wissen was hab ich denn so falsch geschrieben ramsecom ja und gamescom ist doch egal nein gehst du hin dieses jahr nö du klar selbstmord digga geht da ja nicht ja ich war letztes jahr da es war hardcore es war hardcore du wirst doch gejagt digga das muss irgendwas zum essen sein aber ich weiß es nicht ob du gern knotschig esst oder was naja pfff grill 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 ah waaat yes endo trick hat mich drauf gebracht neudel auflau neudel auflau neudel auflau neudel auflau ich will dass ihr das hier überall verbreitet neudel auflau bruder ich hab mich verschrieben mann knossi gamescom mit k wollen wir darüber wieder reden oder weißt du warum ich das mit k ich weiß dass man mit c schreibt weißt du warum ich mit k gedacht weil ich dachte der mod hat vielleicht äh ja gute ausrede knossi ja ja scheiße aufm kopf ist er nicht gefallen bruder ruhe ich bin dran mit malen nach zahlen scheiße ich kann das nicht malen alter ah bitcoins ah boah weiß ich auch nicht ah besser kann ich das nicht malen was hat was soll denn das immer wie wasser knossi hä was soll achso du malst ja oder ja ich hab doch gemalt mensch ich hab doch gemalt was jawohl Marcel weiß nicht wie man das eigene auto schreibt ja ich will dass ihr das überall verbreitet ja ja scheiße ich schreibe das prinzip nicht mehr digga lampo gini ja baby yes ich weiß das auch nicht digga digga guck auf den schlüssel ja ich weiß es doch auch nicht scheiße baby geil ich hab das so gefallen als du damals den stream gemacht hast ich kauf mir neues auto lampo gini lampo gini natürlich das war beste das allerbeste ohne scheiße lost wo bin ich Platz 5 oh man das ist wieder insider oder hä keine ahnung digga hm ah zu spät wieder aber es haben alle gewusst es geht sehr gut Applaus jawohl meine Damen und Herren sie dürfen klatschen für unsere glorreichen Kandidaten heute Abend es müsste ein der letzten Worte jetzt sein ne dann sind wir durch ich bin vor Marcel ich hab gesagt ich ziehs durch Freunde wer hat immer an mich geglaubt eins im Chat ich hab immer an dich geglaubt Knossel warte mal wir sind ganz knapp Marcel und ich sind ganz knapp es kann sich noch ändern wenn er jetzt gut malt der die schauen im Stream das glaube ich nicht oh ich weiß das doch auch nicht Tassus meine Fresse Mann wie schreibt man denn den Scheiß wie schreibt man denn den Dreck das gibt's nicht alter ich krieg den ich krieg den Scheiß nicht geschrieben 2 ich hab immer 3 geschrieben er hat doch einen 2 drauf gemacht er hat doch einen 2 drauf gemacht Och Knossi Ziel verfehlt du Nein das gibt's nicht das letzte Worte und Carsten nur ganz kurz ganz kurz Nein nein Carsten ich kann dich nicht ich kann dich nicht grad ganz schlecht hören Digga Digga ich legge wieder ja ja ich weiß kein Problem Digga Digga ich hab doch gesagt ich bin schlechter ich würd nix sagen aber du hast dich vor mit Knossi so über mich lustig gemacht Digga hab ich so hingenommen okay aber jetzt musst du mir auch den Sieg bisschen gönnen bis zum nächsten Mal